Sie werden es kaum glauben, aber Sie können mit Ihrem Smartphone immer noch telefonieren. Und genau das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Viele ACOS-Modelle sind sogenannte Dual-SIM-Smartphones. Das heißt, Sie können bis zu zwei Telefonkarten einsetzen. Bei meinem Modell habe ich das jetzt mal getan und zwar eine große Mini-SIM und eine kleinere Micro-SIM-Karte. Bei den Telefonkarten, das sehen Sie auch noch mal in dem Menü oder in dem Kapitel über den Lieferumfang, gibt es Nano-SIM, Micro-SIM und Mini-SIM. Drei verschiedene Größen für einen Zweck zu telefonieren und mobil im Internet zu surfen. Welche Telefonkarte Sie benötigen, ist natürlich modellabhängig, deswegen da bitte vorher mal schauen. Wenn Sie wechseln, vielleicht dann Ihrem Telefonanbieter Bescheid sagen und sagen, hallo, ich brauche eine neue Telefonkarte, die muss jetzt kleiner werden, weil mein Handy auch flacher geworden ist. Da einfach mal schauen. Ansonsten können Sie jede beliebige SIM-Karte einsetzen, auch gerne, wenn Sie im Urlaub sind, eine aus dem Ausland. Das heißt, Sie haben dann eine private Karte und vielleicht eine geschäftliche Karte. Oder Sie sind im Urlaub, fahren zum Beispiel nach Spanien, dann haben Sie Ihre deutsche Karte noch drin, sind da erreichbar und haben dann vielleicht von einem Kiosk oder Tankstelle in Spanien sich eine Prepaid-Karte geholt und können dann halt das spanische Netz günstig nutzen und vor allen Dingen auch günstig surfen. Was man jetzt aber bei der Bedienung beachten muss, das möchte ich Ihnen jetzt kurz mal zeigen. Also erstmal schnell den Deckel drauf, dann schalten wir das Gerät ein und Sie kennen es wahrscheinlich auch noch von Ihren Geräten von früher, dass man dann auch eine sogenannte PIN-Nummer eingeben muss. So, einmal starten das Ganze. So, wichtig für mich ist natürlich auch noch, Sie müssen bitte sehr nicht beide Karten die ganze Zeit aktiv haben. Das heißt, Sie können auch nur unter einer Telefonnummer erreichbar sein und das gucken wir uns gleich mal an und natürlich reicht es auch aus, wenn Sie nur eine Telefonkarte einsetzen. So, mein Smartphone startet jetzt gerade und man kennt es noch von früher, wenn man das Handy angemacht hat, wenn es komplett aus war, musste man für die Telefonkarte immer so eine vierstellige PIN-Nummer eingeben, diese sogenannte SIM-Sperre. Wenn Sie die auch noch bei Ihren Telefonkarten aktiviert haben, dann werden wir das gleich sehen. Da ist es jetzt auch schon und siehe da, hier werde ich schon gebeten, für die zweite Karte auf jeden Fall eine SIM-Sperre zu deaktivieren. Der Code war 1, 2, 3, 4. Einmal kurz mit dem Haken hier bestätigen und das war's. Das heißt, die zweite Karte, die ich drin habe, da habe ich diese Sperre schon rausgenommen. Das ist jetzt hier die Sperre für das Telefon selbst, die ich mir vorhin eingerichtet habe und jetzt bin ich auch da und ich sehe sofort hier oben neben der Uhrzeit, dass sich dort zwei kleine Balken gebildet haben mit der Anzeige des Empfangs. Ganz klar, zwei Telefonkarten drin, zweimal Empfang. Da können Sie auch die Netze miteinander kombinieren, wie Sie möchten. Wenn ich jetzt telefonieren will, dann kann ich ja ganz normal hier unten auf den blauen Hörer klicken und kann jetzt hier sagen, hier ist mein Ziffernfeld. Ich gebe da jetzt eine Nummer ein. 0, 8, 0, 0, 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5 mal die 1 und sage jetzt wählen. Jetzt wird ganz normal angerufen und es wird losgelegt. Wenn ich jetzt aber zwei Telefonkarten drin habe, die beide aktiv sind, dann kann ich mich entscheiden, über welche Rufnummer ich telefonieren möchte. Und wenn ich da eine gewisse Vorauswahl treffen will, dann gucken wir mal schnell in die Systemeinstellungen. Das heißt, einmal runterstreichen, zweimal runterstreichen. Ach, Moment, hier steht sogar schon, SIM-Karten wurden geändert. Zum Einrichten nur tippen. So schlau die Akos-Geräte. Die haben gleich mitgedacht und fühlen mich genau in das Menü, was ich Ihnen gerade zeigen wollte. Und zwar sehe ich jetzt, ich habe zwei Telefonkarten eingesteckt. Dass die jetzt beide von blau sind, ist nicht schlimm. Sie können auch T-Mobile, Vodafone, O2, E+, GetMobile oder Talkline oder wie sie alle heißen mögen, weltweit gerne nutzen. Und jetzt sieht man aber, was ganz wichtig ist. Die bevorzugte SIM, also welche Telefonkarte brauche ich jetzt für welchen Dienst? Ah, ich möchte mobile im Internet surfen. Kann ich mir jetzt quasi aussuchen, welche Karte ich nehmen möchte. Karte 1 oder Karte 2. Wähle ich jetzt Karte 1 aus. Wechsel. Wunderbar. Dann der nächste Punkt wäre dann, Moment, war das jetzt die fürs Internet? Falls nicht, ist nicht schlimm. Kann man das auswählen, nochmal anklicken und dann ganz normal wieder einschalten. Dann habe ich hier für die Anrufe, kann ich mir das auch auswählen. Über welche, sieht man jetzt gerade, Anrufe gehen über die Karte Nummer 2. Auch das können Sie voreinstellen. und SMS auch. Also das heißt, ich kann entscheiden, Moment mal, ich habe eine Karte, da kann ich günstig surfen. Dann nehme ich die. Bei der anderen Karte kann ich günstig telefonieren. Wunderbar. Dann muss ich mir noch überlegen, welche Karte war denn jetzt noch günstig für SMS? 1 oder 2? Also Sie können das für sich schon voreinstellen, dann müssen Sie da gar nicht erst nachgefragt werden, sondern geht es direkt los. Und was man hier oben halt auch sieht, was ich toll finde, man kann die Karten auch einzeln einfach deaktivieren. Jetzt ist die aus und ich bin nur noch unter einer Rufnummer erreichbar. Das heißt, für alljenigen, die sagen, ach, zwei Handys, ein Handy für die Firma, ein Handy privat, ich nehme nur noch eins mit, dann können Sie dann nach Feierabend sagen, so, jetzt ist Feierabend, jetzt bin ich nicht mehr erreichbar und morgen früh um 8 oder um 9 oder um 7, je nachdem, mache ich es wieder an und dann geht es ganz normal weiter. Das zum Thema Telefoneinstellungen. Wenn ich selber telefonieren will, wie gesagt, einmal auf den blauen Hörer klicken, dann habe ich hier nochmal die Schnellwahl. Ich kann in die Kontakte schon mal hineinschauen, die da sind und ich habe jedes Mal hier dieses kleine Symbol, das ist mein Ziffernblock, denn dann öffnet sich die Möglichkeit, selber eine Rufnummer einzugeben und loszulegen. Wenn Sie dann telefonieren, ich rufe eben nochmal diese eine Nummer hier an, so, dann kann ich den Lautsprecher noch einschalten, ich kann das Mikrofon leise machen, ich kann den Ziffernblock dazu schalten, wenn ich den brauche, kann den Lautsprecher wieder leise machen, ich kann sogar pausieren, wenn ich möchte. Es sind alle Telefonfunktionen unterstützt und auflegen kann ich dann später wieder mit der roten Taste und das war's. Wenn ich jetzt aber weiß, ich möchte jetzt jemanden ganz bestimmten anrufen, den ich auch in meiner Kontaktliste gespeichert habe, dann kann ich hier unten direkt auf Kontakte klicken, so, dann sehe ich alle komplett durchsortiert von A bis Z und gucke halt einfach, wen ich anrufen möchte. Wenn ich jemanden hinzufügen will, kann ich hier unten das auch machen, da sieht man hier das Männchen mit dem Plus und kann jetzt entscheiden, möchte ich das bei Google speichern, auf der ersten oder zweiten Telefonkarte oder nur im Telefon. Mein persönlicher Tipp wäre, speichern Sie das gerne im Google-Konto, denn auf das Google-Konto können Sie von Ihrem Computer aus, von Ihrem Tablet, von Ihrem Notebook und auch unterwegs von anderen Computern über das Internet zugreifen, das heißt, da sind die Daten einfach für mehr verfügbar. Telefonkarte würde ich weglassen, da kann man gar nicht so viel Informationen speichern, so E-Mail-Adresse, Anschrifts und solche Sachen, das passt da gar nicht drauf und wenn es nur im Telefon ist, dann ist es auch ärgerlich, weil wenn das Telefon weg ist oder kaputt ist, dann sind auch die Kontakte weg. Also deswegen Google-Konto auswählen, mein Tipp und dann kann man jetzt hier alles eintragen, Name, Foto sogar hinterlegen, E-Mail-Adresse, so vieles an Informationen, beruflich und privat, einfach toll. Dann einfach zum Schluss auf Speichern klicken, so und dann sind wir auch schon fertig. Das zum Thema Kontakte und beim ganzen Thema Smartphone mit Internet und allen möglichen Sachen kann man immer noch eine gute alte SMS oder MMS versenden. Dafür brauche ich hier diesen kleinen grünen Kasten mit dem Smiley drin, einmal draufklicken und da sehe ich jetzt, welche SMS oder MMS eingegangen sind. Ich kann hier oben mit dem Plus an diesem kleinen Brief auch eine neue erstellen und kann dann hier auf die Kontakte zum Beispiel zugreifen, einmal draufklicken, kann mir hier einen aussuchen und sagen, okay, ich würde jetzt das Ganze mal an die Stau-Info stehen können. Dann sage ich, okay, dann wird das Ganze übernommen. Jetzt kann ich hier noch eine Mitteilung reinschreiben, ich schreibe jetzt mal irgendwas. So und mit Plus könnte ich dann sogar noch ein Bild oder ein Video aufnehmen oder eine Sprache oder Kontakt hinzufügen. Aber aufgepasst, in dem Moment, wo Sie dann sowas noch hinzufügen, wird aus der SMS eine MMS und das ist meistens teurer. Also überlegen kurz, ob man es nicht dann doch lieber per E-Mail verschickt oder per WhatsApp, was dann kostengünstiger wäre. So, das zum Thema SMS. Die Dienste sind alle da, Telefon, Kontakte, SMS. Sie können bis zu zwei Telefonkarten einsetzen. Ist eine tolle Sache bei Arcos, also man ist individuell erreichbar und Sie haben gesehen, man kann auch ganz einfach telefonieren.